Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Darksiders 2. Ich bin der Paint und der Gary ist irgendwo im Hintergrund, glaube ich. Sag mal hallo. Moin, ich hüpfe hier mal vor mich hin. Ach nee, das ist ja tot. So, wir sind immer noch... Wunderschöne Krähe auf der Schulter. Wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Die Krähe heißt übrigens Asche. Doch so ein bisschen weiß ich, was ich machen soll. Ich muss den Weg ins andere Terrain finden, wo wir das neue Wasser anmachen können, aber irgendwie finde ich den Weg gerade nicht. Und das Ding ist, ich habe dahin ein Portal aktiviert. Fuck. Was? Ich habe dahin ein Portal aktiviert, das ich jetzt mit Energie versorgen muss, beziehungsweise wo ich diesen Strahl durch, diesen reinigenden Strahl durchleiten muss. Und weiß noch nicht, wo ich... Ja, der gute Mittelstrahl natürlich. Ja, der Mittelstrahl. Das ist der gesündeste. Ich weiß halt noch nicht, wo ich ihn herbekomme. Das ist das Problem. Aber, ach, ich bin so doof, ne. Ich glaube, ich hätte hier gar nicht lang gemusst. Ich sag da nichts dazu, wirst du? Ja, dankeschön. Wie heißt die Krähe nochmal? Asche? Warum? Oh, okay. Warum muss ich das Ding eigentlich kaputt machen, ist die Frage. Aber ich kann es, deswegen werde ich es jetzt einfach mal machen. Ich weiß noch nicht, wie ich ins neue Gebiet komme. Wir müssen einfach mal rumgucken, rumsuchen. Was willst du denn kaputt machen? Moment, was willst du denn kaputt machen? Verpasst du dich hier gerade irgendwas? Ja, diese, ähm... Ach, warte mal, brauche ich gar nicht. Oh, ich bin... Oder? Ich bin, glaube ich, ein bisschen doof gerade. Warte mal, ich gehe nochmal zurück, Leute. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, ich habe eine Idee. Nein, du... Du bist doof. Ich bin verwirrt. Das passt ja perfekt zusammen, also... Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar so... Jetzt muss ich mal gucken. Warum soll das Ding hier überhaupt kaputt gehen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es trotzdem mal machen, Leute, weil geil. Weil ich geil bin. Weil ich voll geil bin, Alter. Ähm, aber warte mal. Wie komme ich denn jetzt da an irgend so ein Ding dran, dass ich mir hier... Nee. Junge, Fachtermini, Mann, das sind, glaube ich, keine Dinger, das... An ein Portal, Mann. Ich brauche ein Portal, das bei einer Todeskugel mit dem Mittelstrahl ist und so, und damit ich hier weiterkomme. Aber irgendwie gibt es hier das nicht. Und ich weiß nicht, ob da bin ich hergekommen. Kann ich da überhaupt wieder... Da komme ich nicht hin zurück, oder? Da komme ich doch nicht mehr hin zurück, scheiße. Du hast doch da oben einen Haken, oder? Nee, aber da oben komme ich in den Haken nicht dran, der ist zu weit weg. Sonst würde das Licht nämlich anders sein. Sonst würde das mehr rumwühlend sein, aber irgendwie... Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, Leute, ehrlich. Was würde das... Du, das Gefühl habe ich auch manchmal, dass ich nicht weiß, was ich tue. Absolut, no idea. Aber es funktioniert trotzdem. Es funktioniert trotzdem. Ja, irgendwann. Aber das Dumme ist, ich würde gerade sterben. Nee, doch, zum Glück nicht. So geil, wie er so an der Mauer entlang prescht, ist so super. Ähm, hm. Wie gesagt, ich brauche irgendwie... Er könnte dem Prinz eine Glanzkonkurrenz machen. Ich weiß, ja, könnte er wirklich. Ja, ich glaube, das ist auch dem nachempfunden, so ein bisschen. Aber Assassin's Creed soll ja der Nachfolger im Geiste sein. Also der offizielle Nachfolger im Geiste. Von Prinz of Persia? Ja, meinte der Profiler. Das wäre im Grunde der Vorgänger von... Also der Prinz of Persia wäre der Vorgänger von Assassin's Creed. Gewesen. Okay. Ja gut, über ein bisschen gewissen Grad kann man das... Kann man das wohl vielleicht so... Ja, hinnehmen, stimmt. Ha! Wieso, was? Ha! Voll daneben geworfen. Ich bin so doof. Das ist eine Bombe. Hast du jetzt gerade aufgenommen? Das ist eine Bombe, mit der ich die Verderbnis auch wegballern kann. Ich brauche diesen Strahl nicht. Das Dumme ist, ich muss treffen. Treffen ist halt hier durch so ein Portal so ein bisschen schwieriger. Und? Ja, aber du siehst doch, was auf der anderen Seite ist, oder? Ja, siehst du doch. Warum treffe ich nicht? Ich habe schon wieder nicht getroffen. Weil wegen Baum. Aber das funktioniert doch. Ich habe doch gerade eine Bombe da durchgeworfen. Ich habe gesehen, wie sie explodiert ist, oder? Ja gut, ich könnte doch einfach mit dem Ding da durchgehen, schätze ich. Ja, das geht sogar. So, und nun? Ja, warum auch immer den einfachen Weg wählen. Ah! Ich meine, das kann ja jeder. Woo! Ach so, dafür habe ich das gemacht. Ich dachte schon, warum vibriert jetzt mein Controller so? Warum webt hier alles? Wir haben eine Truhe damit gefunden. Das ist jetzt nur für eine Kiste gemacht. Na super. Ja. Aber für eine Kiste mit einem epischen Gegenstand. Von daher könnte es sein, dass es doch irgendwie nützlich war. Nein, der ist nicht episch. Warte mal, kann ich aber trotzdem anvisieren, damit der weg ist. Der ist auch weg, ist auch nicht episch. Der da ist episch. Wie der? Verwüster Schoder. Eine 93 Verteidigung, 30% mehr Crit-Schaden, Kraft 18 und Erfahrung plus 9. Das ist cool. Die sind besser als meine, deswegen nehmen wir die mal mit. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwie Schuhchen gefunden? Nein, die sind blöd. Alles bleed. Kannst du den Kram dann einfach so ablegen? Kannst du den Kram dann einfach so ablegen? Oder kannst du die Sachen nur verkaufen? Oder wie funktioniert das hier eigentlich? Ich kann die Sachen noch verkaufen. Ich glaube doch, kein Problem. Alle Händler habe ich hier schon bis jetzt noch gar keinen gesehen. Doch, Vulgrim. Natürlich, Vulgrim ist der Händler. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo ich weiter muss. Äh, das ist dumm. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir nochmal hier lang. Das war jetzt nur für ein kleines Trüchen. Trudelchen. Dings. Schatz und so. Der mir nicht wirklich viel bringt, aber es war anscheinend ein höher skalierter, weil der hat ein bisschen besseren Loot gegeben. Hallo, hier muss ich doch irgendwie hingekommen sein. Wie komme ich denn wieder zurück? Hä? Ja, da wo du da hingekommen bist, ist doch ganz klar. Ich bin total ratlos. Wo bist du denn überhaupt hergekommen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich bin eben da hinten runtergesprungen über das mit dem Greifhagen, weißt du? Aber ich muss ja vorher schon mal hier gewesen sein. Weil wir haben das ja vorher alles gemacht. Hier haben wir ja den letzten Part begonnen, hier an der Stelle. Ja, stimmt, stimmt. Glaube ich. Oder so irgendwo hier. Ja doch, hier an der Stelle. Dann bin ich da hinten weitergegangen. Aber ich muss doch irgendwo hier in das Gebiet gekommen sein. Hä? Ich bin gerade total ratlos, Leute. Ich habe... Sorry, ich bin total... Hast du hier keine Karte oder sowas? Ja, ich habe doch eine Karte. Ich habe sie gerade aufgemacht, aber... Ja, so, dann muss man doch irgendwas sehen können. Ah, okay, ich glaube, ich weiß nicht. Was sagst du... Was sagt uns die Karte denn? Da hinten rechts, da hast du doch... Ja, die sagt nur Schwachsinn. Äh, aber... Vielleicht hilft mir dieser Schwachsinn sogar. Aber ich muss doch nochmal den Weg hier zurückgehen, leider. Ich kann irgendwie auch Portale canceln, glaube ich. Ich weiß nur gerade nicht mehr wie, aber das kriegen wir hier irgendwann wieder raus, wenn wir es brauchen. So, wir gehen einfach nochmal hier hin... Hier hin zurück. Und sehen, dass wir nicht weiter können. Ja, das ist ja toll gemacht. Oh, Gary, du bist so cool. Also, wir können es momentan so fast, ob du wirklich... Also... K-L-U-K, genau. Oh, aber echt. Also irgendwie läufst du gerade wirklich einfach nur stumpf im Kreis. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier tue. Also, beziehungsweise wie ich wieder zurückkomme. Ich muss wieder in den großen Raum, glaube ich, wo wir jetzt das Wasser gemacht haben. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Ich habe gerade völlig die Orientierung verloren, Leute. Es tut mir echt leid, aber es ist so. Such dir doch einfach mal eine erhöhte Position irgendwie. Das hilft mir gar nicht, weil... Das liegt nicht daran, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das liegt einfach daran, dass ich den Weg dahin nicht weiß. Das ist nur der Weg, den ich brauche. Ja, aber von einer erhöhten Position aus kannst du vielleicht erkennen, da findest du vielleicht irgendwo einen Weg. Weil der Weg untergründig ist, wie ich gerade gesehen habe. Entschuldigung, Mutti. Das ist eben das Problem. Ich sehe den Weg nicht. Es gibt keinen Weg. Das ist das Problem, was ich habe. Der Weg ist im Untergrund. Das heißt, ich muss den ganzen Schund jetzt nochmal laufen, den ich eben schon gemacht habe. Denn der Weg ist das Ziel. So eine dumme Truhe, das ist so unnötig einfach. Das hat auch was Blödes, weißt du? Wenn die Gimmicks, also das, was man finden kann, den Weg nicht rechtfertigen, das ist halt auch so ein bisschen schade. Okay, ich könnte jetzt da rüber direkt. Wobei man aber jetzt dazu sagen muss, ich meine, für diese Truhe hast du jetzt nicht wirklich einen großen Umweg gemacht. Ich meine, du könntest die, glaube ich, so greifen. Ja, doch, eigentlich gerade schon. Eigentlich habe ich da gerade schon einen sehr großen Umweg gemacht. Und wenn das echt nur für die Truhe war, bin ich wirklich ein bisschen angepiselt. Das ist wohl ein G-Set. Was? Was? Wieso ist das kein Platz von G-Set? Dafür habe ich einen großen Umweg gemacht? Was? Das war da gar kein großer Umweg. Nein. Also, kann mir zumindest nicht so wohl. Also, ich finde schon. Wir haben jetzt irgendwie fünf Minuten umsonst rumgeballert hier. Ja, zehn Minuten fast. Super, der Part schon wieder halb rum. Ja, gut, aber du könntest, du könntest aber da, glaube ich, schon relativ früh an dieser Kiste sein. Und das wollte ich damit sagen. Ach so. Nee, könnte ich nicht. Ja, doch, stimmt. Du hast recht. Ich habe es nur verpeilt, glaube ich. Äh, hallo, wieso kommt... Hallo? Was? 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 Wieso komme ich da nicht durch? Okay, jetzt bin ich endgültig verwirrt. Wir müssen beide Wasser fließen lassen. Ich glaube, sogar alle drei. Ich bin mir nicht sicher. Aber mindestens zwei, damit wir in die mittlere Tür kommen. Bei dem einen, da sabbert noch dieser schwarze Schleim raus. Eben, und da muss ich hier links rum, aber irgendwie komme ich da nicht hin. Barg? Hast du einen Barg gefunden? Nein, kann ich nicht. Nee. Was läuft denn da so lila? Das wäre ein Gamebreaker. Lila ist Asche. Auf der Karte, wenn du das meinst, unter Minimap. Ja, genau. Ja, das heißt, ich habe den richtigen Weg noch nicht gefunden, Payne. Okay. Dann muss ich doch hier hinten weiter. Dann war das hier nur eine Abkürzung für später, wenn man nochmal in das Gebiet will. Dann muss ich doch hier oben rum. Irren und wirren wir uns weiter durch die Gänge in der Hälfte. Ja. Wir müssen vielleicht irgendwann mal was finden. Andere Möglichkeiten haben wir ja nicht. Und sonst so. Das ist mir aber auch beim ersten Durchspielen passiert. Das muss ich sagen. Also, es gibt immer mal so einen Punkt, wo man keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Und das gehört auch ein bisschen mit dazu, habe ich so das Gefühl. Ja, sowas kann aber auch frustrieren werden, wenn es allzu lange dauert. Ja. Das ist so eine künstliche Spielzeitstreckung, habe ich so das Gefühl. Aber gut, es liegt ja nur daran, dass man selbst zu unfähig ist. Das ist ja nicht daran, dass das Spiel scheiße ist, sondern man ist selbst einfach zu unfähig, den Weg zu finden. Das ist alles. Du bist vielleicht auch ein bisschen entschuldigst, weil du es ja schon länger nicht mehr gespielt hast. Entschuldigt nicht wirklich, aber ja, dankeschön. Man vergisst sowas ja schnell wieder. Also, geht mir zumindest so. Wenn ich irgendwas längere Zeit nicht gespielt habe, dann wird mein Gehirn das alles wieder komplett vergessen. Ich komme echt immer nur wieder hierhin zurück. Das heißt, hier muss es eigentlich weitergehen. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Ich bin jetzt schon wieder hier. Vielleicht war das doch kein... Ja, ich komme hier nur nicht durch die Tür, das ist das Problem. Ich komme hier nicht durch. Ich habe gerade echt keinen Plan. Ich muss nicht wieder auf diesen Turm, das ist auch Quatsch. Bist du dir sicher? Ja, da war ich erst. Da bin ich ja dann durch das Aqueduct gelaufen. Ich sehe hier keinen Weg, Leute. Ich werde da vielleicht nochmal nachschauen. Also, ich bin mir da gar nicht sicher. Die Vermutung hatte ich jetzt auch schon gehabt, dass du eventuell nochmal zu dem Turm rüber musst. Da irgendwas übersehen hast. Was könnte ich da übersehen, haben wir es die Frage. Ich war ja überall. Der Weg ist ja relativ linear. Hier ist eigentlich der Eingang. Hier muss ich rein. Das ist auf dieser Ebene. Warte mal, was ist denn da hinten gewesen? Da war irgendwas. Ich versuche gerade... Ich bin mit der Karte nicht so vertraut, Leute. Ich versuche gerade irgendwie zu rekapitulieren, wie wir hier gewesen sind. Weil hier waren wir schon mal. Und hier muss ich durch. Hier ist die Tür, wo ich durch muss. Und dann komme ich nämlich auf die andere Seite. Das, was mir hier verwehrt bleibt, weil hier ist rot. Also, da komme ich nicht in die Tür rein. Das heißt, ich muss auf dieser Ebene, wo ich jetzt bin, bleiben. Und dann hier irgendwie hinten rüberkommen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Ha 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 ha. Das kann man auf der Karte auch überhaupt nicht ausmachen, wo man da eventuell hin... Doch, warte, hier. Ich muss hier rüber. Also, ich muss... Oh, ich bin so doof. Ja, wie soll das denn funktionieren? Warte mal. Ich glaube, ich kann mich da jetzt ein bisschen tricken, um schneller wieder dorthin zu kommen. Ja, kann ich. Oder kann ich hoffentlich. Sonst sterbe ich jetzt. Also, Leute, ich habe jetzt gerade irgendwie... Ah, nichts auf der Karte... Irgendwie... Siehst du, ich bin so verwirrt, ich kann da nicht mal mehr richtig reden. Ist okay, ich versuche... Ich habe jetzt gerade die Abkürzung genommen, indem ich mich habe sterben lassen, in Anführungszeichen. Tod stirbt ja nicht. Jetzt sind wir wieder in dem Hauptraum. Und von dort aus müsste ich jetzt wieder dort lang gehen, wo ich gerade war. Darf aber nicht den Weg nehmen, wo ich gerade wieder hin bin, glaube ich. Ich glaube, ich muss irgendwo links einen Weg hoch finden. Auf die höhere Ebene. Du weißt, was du da erzählst, oder? Ja, ich weiß, was ich da erzähle. Das ist okay. Ich muss irgendwo hier, nämlich bei dem Aquädukt, ich muss einen Weg dort hinten hin finden und dann da durch irgendeine Tür... Warte mal, war das das Aquädukt? Wo ich da hin bin, habe ich da einen Weg vorbei? Ja, das könnte ich mir halt auch vorstellen. Darum sage ich ja, du musst, glaube ich, doch mal da hoch. Aber das ist kein Problem, denn ich habe ja Portale, die ich nutzen kann. Das heißt, ich komme schnell wieder in die Richtung. Dadurch, dass ich diese Fähigkeit habe. Äh, hallo? Auch komisch, das Portal saß perfekt, ja? So. Nein, wahrscheinlich doch nicht. Ja, dankeschön, Paint, für diesen tollen Kommentar dazu. Du hast es doch regelrecht rausgefuttert. Aber ich glaube, da war doch nichts auf dem... Oh, guck mal, da liegt noch was, was ich vergessen habe. Das ist ja schön. Noch ein bisschen Kohle für randomized besessene Waffen und sowas. Geil. Ich würde sagen, wenn das weiter so geht, also, ja, dass die im Endeffekt alles abgegrast haben und dann wirst du trotzdem kein Stück weitergekommen sein. Doch, 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 ich weiß, glaube ich. Müssen wir mal auf die Karte gucken, Leute. Guck hier, wir müssen hier hin, habe ich das Gefühl. Irgendwie hier. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier lang kommen. Doch, durch das Aqueduct. Das ist wirklich der Weg vom Aqueduct. Und das ist hier der einzige... Ja, richtig. Da muss ich... Da war keine Tür. Ich habe keine Tür gesehen, Leute. Ja, sorry, dass ich mich da so lange hier aufgehalten habe. Die hast du wahrscheinlich nur in der Hektik übersehen. Lass da nochmal gucken. Kann gut sein sogar, ja. Das Dumme ist, ich muss hier jetzt wieder den... Ne? Ja. Muss hier wieder den Spaß machen. Um da hochzukommen. Was? Was? Bäske? Wie? Was denn? Ach, das mit diesen Portalen oder was? Ja, ja. Und mit diesen Seelenspaltungs... Tralala! Ja, ich glaube leider schon. Sonst komme ich da nicht mehr auf den Turm. Bisschen schade, aber naja. Das erklärt aber auch, warum, wenn man vom Turm runter springt, man auch... Man stirbt. Warte mal. Aha, ich höre doch da was. Mensch, ich höre doch da was. Ich höre nix. Ich höre es auch nur sehr leise, weil ich habe den Sound ziemlich leise gestellt. Weil der beim Kämpfen immer so laut ist. Ha! Was wirst du? Einen Mystischenstein gefunden. Ich habe zwar keinen Bock auf die Steine der Mystiker, weil die sind total scheiße. Aber naja. Was machen die denn? Ach, die bringen einem, wenn man drei davon hat, bringen die einen Magiebonus. Blah, total unsinnig. Was ich bräuchte, wäre Kraftbonus. Ich habe nie gesehen. Hast du denn eigentlich mal irgendwann mal in dem Spiel Magie benutzt? Habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ja, der Teleportschlag ist Magie zum Beispiel. Okay. Und noch so ein paar andere Dinge. Aber nicht die Magie, die dafür notwendig ist, dass die Rechtfertigung gegeben ist, dass man diese blöden Steine benutzt. Die habe ich noch nicht verwendet, nein. Man nimmt sie halt mit. Ich meine, wenn du sie schon mal findest, jetzt brauche ich da nicht, sei der mal dahingestellt. Ja, aber es ist halt doof. Ich hätte da lieber die Kraftsteine und nicht die Mystikersteine, weil die anderen können mir halt was ordentliches bringen, nämlich Kraft und keine dumme Magie, die ich nicht brauche, weil ich nutze keine Magie, außer mit dem Teleportschlag. Und der wird davon eh nicht, der Skaleta drauf nicht scheiße. Das war dumm. Ja, das passiert. Das passiert. Das passiert. Glaub mir. Spiel es dir selbst und es passiert. Und von daher brauche ich den ja nicht. Also den Kram. Also ich kann dir ja zeigen, was es ist. Warte mal. Nö, nö. Es ist an Ordnung. Die ganzen Nekromantenfähigkeiten. Einmal Beschwörung von Ghulen. Dann die Aegis. Die Aegis wäre das Einzige, was ich noch brauchte. Beziehungsweise die Aegis. Oder der Krähenschmaus, wo man so Krähendings macht, beziehungsweise die Raserei, mit der man irgendwie so Projektile auf die Gegner abfeuert. Massig. Und ja, die Fähigkeiten finde ich alle ziemlich in Schwachsinn und deswegen nutze ich sie nicht. Und deswegen will ich auch gar nicht darauf skillen, sondern skille auch die Fähigkeiten, die mir was bringen, nämlich die, die Schaden machen. Aber wenn ich das gerade so sehe, ich meine, der linke Fähigkeit, warum der ist ja fast schon komplett ausgeskillt, da bleibt dir ja fast ja gar nichts mehr übrig, als jetzt Ja, dann kann ich drauf skillen, aber ich bin noch nicht mal so weit, dass ich den linken Fähigkeitsbaum... Doch, jetzt könnte ich ihn sogar zum Ende skillen. Oh, den kann ich sogar schon skillen, warum mache ich das denn nicht? Den Reaper-Sturm. Geil, Leute. Dauert 4 Sekunden, Versucht, alle 0,2 Sekunden, 67 Schadenspunkte. Der wird richtig geil abgehen, sage ich euch. Und den können wir sogar noch aufrüsten. Und das habe ich sogar vor. Sturmstöße verursachen 1000 Schadenspunkte. Geil. Und das nächste Mal machen wir alle 0,2 Sekunden 100 und die Sturmstöße 1334. Geil, den werden wir auf jeden Fall voll aufrüsten. Der ist nämlich richtig gut. Eine richtig schöne Fähigkeit. Ich weiß gar nicht mal, wie viel... Oh, warte mal, das war der falsche Knopf. Wie viel die Raum... Was hat das eigentlich mit diesen Zorn... Was hat das mit diesen Zornpunkten auf sich? Zorn. Das ist meine Magie. Das sind einfach Zornpunkte. Okay. Ja. Relativ einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier eine Tür ist. So, jetzt... Hier kommt jetzt... Jetzt tut mal einer diese scheiß Tür. Oh nein, wirklich. Oh, ich habe das nicht erkannt, dass man hier klettern kann. Ich hatte mir schon irgendwie sowas gedacht, aber das hier ist es. Oh, oh. Was seid ihr denn? Wo ist er da denn klettern? Ach, da rechts, oder was? Er hat sich gerade irgendein Viech vor mich geportet. Ja, Leute. Es tut mir leid. Für diesen kleinen Fauxpas meinerseits, aber ja. Aber haben wir noch ein bisschen die wunderschöne Landschaft genossen? Eben. Alles gut. Wir haben ein bisschen das Gebiet noch genossen. Es ist nicht so, dass wir es noch zweimal genießen können. Dafür mache ich den Part ein bisschen länger, glaube ich. Ach so, jetzt... Du siehst doch sowieso schon pauschal. Jetzt zeigt er mir, dass da jetzt Wasser reinfließt. Na, danke schön. Unglaublich. Das Komische ist, ich weiß gar nicht mehr, was diese Portviecher waren. Ich weiß noch, dass sie irgendwie stark waren. Weil man sie auch so scheiß getroffen hat. Weil sie halt so blöd am Rumporten waren. Aber ich muss sagen, für eine Sache hat sich dieses LP sogar gelohnt. Jetzt kommt es. Was heißt sogar? Also, es hat sich sowieso gelohnt, weil es hat Spaß gemacht. Also, es macht auch immer noch Spaß und so. Aber, ähm... Ich habe hier jetzt schon viel mehr Geheimnisse gefunden als vorher. Zum ersten Durchgang. Das finde ich schon cool. Also, wenn man da noch ein bisschen was Neues sieht, auch wenn man das Spiel schon kennt, finde ich, lohnt sich das Durchspielen immer allemal. Aber bin ich ja gar nicht so der Typ dafür. Also, für, sage ich mal... Ich auch nicht. ...nochmal durchspielen. Ich auch nicht, aber... Bloß um die Geheimnisse zu finden. Ne, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Vor allem, weil die Geheimnisse hier nicht wirklich toll sind. Ausgesehen von diesen Sensen, die ich jetzt gefunden habe. Die sind schon... Also, davon abgesehen. Die sind schon irgendwie cool. Aber... Also, wie gesagt, gerade... Wie du schon sagtest, also, gerade in dem Spiel ist es irgendwie, meiner Meinung nach, sinnlos, das nur wegen die Geheimnisse nochmal durchzuspielen, weil... Die bringen dir einfach irgendwie effektiv nichts, als dass ich das... Ja, im ersten schon. Im ersten Spiel konnte man richtig... Oh Gott, verdorbene Champion. Der haut hier richtig rein, die Sau. So, jetzt zeig mal was für ein Skill-Up-Bus-Band. Habe ich gerade 11.000 Schaden gemacht. Habe ich gerade 11.000 Schaden gemacht. Das wäre geil. So, jetzt schauen wir einfach mal, was das ist. Wow, 11.000... Alter. Ey, schau dir mal den Sturm an, wie geil. Hammer. So gut. Aber der hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gedacht hätte. Na gut, es ist mehr eine Fähigkeit gegen, ähm, wirklich viele Gegner. Und nicht gegen einen. Du machst viel, aber keinen Schaden halten. Ja, ich kann sagen. Aber deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Gläfe des Infernus. Und, äh... Ja, wenn ich darauf achte, auch auszuweichen, dann wird das eigentlich ganz gut hier. Und das ist das... Das ist das Gute an... an schweren Waffen. Man schlägt langsamer zu, das heißt, man kann mehr auf den Gegner achten. Und spammt weniger. Wow, der war geil, der Angriff. Den war richtig cool. So, und jetzt noch mal einen schönen Finisher. Ja, natürlich kommen jetzt, äh, irgendwie... Oh ja, 5 von denen. Na super. Ist ja nicht so... Warum ist der gerade wieder auferstanden, das blöde Vieh? Weil du, glaube ich, vergessen hast, den Todesstuhr zu verpassen. Ich weiß nicht, ob sowas gibt, aber... Ja, gibt es, aber die sind optional. Okay. Die sind purely optional. Sei was, die Wunden. Guck mal, das ist ja schlimm. Wo lebst du denn, Mann? Alle Gegner müssen schwinden. Au. Der tut mir weh. Das ist nicht nett von euch. Oh oh. Der Part ist auch schon rum, aber wie gesagt, wir überziehen einfach mal ein bisschen. Ist ja nicht schlimm. Au. Du kannst ja jetzt nicht mitten im Kampf hier aufhören. Dammit. Ja, das wäre auch doof. Das muss jetzt nicht durchziehen, die Nummer. Gib mir Lebenssynergie wieder, du Sack. Nee, ich krieg nur Gold von dem Penner, ne? Das ist total unsinnig. Warum krieg ich keine Lebenssynergie? Es hieß, ich krieg Lebenssynergie. Ah, nee, der ist eben auch schon... Hast du was hingelesen? Also, der war eben auch schon tot. Scheiße, ich hab kaum noch Lebenssynergie, Leute. Ja, das kann ja was geben im nächsten Part, Leute. Ach, das wird gut. Aber ich beende hier. Das funktioniert. Endlich kommen wir weiter. Es tut mir leid für diese kleine sinnlose Tour, aber naja, es passiert, ne? Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt wieder der Satz, auf den wir alle waren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch Spaß gemacht. Lasst mir Kommentare und Bewertungen da und wir sind beim nächsten Mal wieder zu der Let's Play Darksiders 2. Jetzt kommt der Satz für den Paint. Mein Gast hat natürlich die letzten Worte. Genau, die Emma hat halt die letzten Worte. War doch eine schöne, salzige Tour, die wir gerade veranstaltet haben. Ähm, ich hoffe, das wird jetzt im nächsten Part etwas besser. Mit Ziel und so, oder? Oder wolltest du jetzt noch länger rumirren? Nein. Nicht unbedingt. Egal, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.